Hallo und herzlich willkommen zurück zu RTL Biathlon in Ruhpolding mit mir, der Lena. Wir sind jetzt bei der Verfolgung eines nicht so erfolgreichen Rennens. Also ihr wisst ja, ihr habt die letzten Folgen gesehen, wir stagnieren ziemlich und das Spiel ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo es mir weniger Spaß macht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir halt noch viel Entwicklungspotenzial haben, das ist ausgeschöpft. Und das Problem ist, ich sehe hier einfach wirklich keine Entwicklung mehr kommen. Also ich sehe hier nicht großartig, dass wir uns noch so viel verbessern können, dass ich zumindest mit meinen Fähigkeiten hier irgendwann diesen Weltcup gewinnen könnte. Ich werde dennoch die Saison zur Endung spielen, auf jeden Fall, das möchte ich auch. Und danach werde ich, denke ich mal, das Spiel für eine Weile weglegen. Also mindestens bis nächsten Winter und dann muss ich gucken, ob es überhaupt nochmal kommt. Weil, wenn so ein bisschen der Fortschritt einfach fehlt, das demotiviert dann einfach. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal und schauen, was man hier noch reißen können. Das ist wieder die kurze Strecke. Oder sind wir gerade die lange gelaufen? Ich weiß es nicht. Müsste ja eigentlich andersrum sein. Okay, wir machen wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Okay, und weiter. Wir sind auf Platz 12. Und können uns hier so ein kleines bisschen oder auch nicht. So, haben wir hier mal ein bisschen Windschatten, das wäre ja schön. Also erste Runde sind wir echt gut. Also das hatten wir ja vor uns schon. Aber danach geht gar nichts mehr. Jetzt seht ihr das auch, jetzt wären wir wieder aufgelaufen. Das hatte ich schon mal erzählt, ne? Dass ich bei Menschen Auflauf an Essen denken muss. Menschen mit Käse überbacken. Eigentlich schmeckt alles mit Käse überbacken, oder? Okay, so, versuchen wir hier noch ein bisschen dran zu bleiben. Auch wenn die in der Hocke irgendwie sehr viel schneller sind als wir. Und die fahren auch fast in der Hocke den Berg hoch. Also ist auch sowas, was wir nicht schaffen. Boah, wie die rennen. Wahnsinn, das sind nur die Kleinen, die nicht so gut sind. Jetzt haben wir hier ordentlich verloren. Sieben Sekunden, obwohl das noch geht. Wir verlieren beim Schießen wirklich viel. Das ist unsere Achillesferse. Definitiv das zu langsame Schießen. Aber da sehe ich halt kein Entwicklungspotenzial. Ich kann auch manchmal, wenn ich möchte, zu schießen, dann klappt das einfach nicht aus irgendeinem Grund. Ich kann nicht mit Risiko schießen. Das geht einfach nicht. Mann. Benni, ich glaube, eine heulende Lena ist bald doch nicht mehr so weit weg. So, komm los, box mich noch weg. Jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Das nervt total. Keine Chance. Keine Schnitte. Also wirklich nicht. Also wir waren wirklich nur bisher auf einer Strecke richtig konkurrenzfähig. Das war Hochfilzen. In Pockeljuka so ein bisschen mit Abstrichen. Aber hier und ganz besonders Oberhof, null Chance. Ich meine, ohne die Strafrunde wären wir jetzt sieben Sekunden hinten. Da wären wir vielleicht sogar noch ein Stück weiter vorn. Naja, nicht vielleicht. Wir wären natürlich ein ganz schönes Stück weiter vorn. Aber so ist das halt, wenn man halt ungeduldig ist. Und ich merke das halt auch so krass durch die Hormone. Ich bin eine richtige Zicke geworden. Oh, ich zicke die Leute an mittlerweile. Das ist echt schlimm. Das nervt mich dann auch selbst irgendwie, dass ihr das Lustige... Das ist nicht so super. Aber wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Habt ihr denn jetzt... Wo feiert ihr denn? Da hatte ich schon gefragt, wo ihr Weihnachten feiert, ne? Ich weiß gar nicht. Ich muss erst mal wieder rechnen. Was ist heute für ein Tag? Heute müsste eigentlich der 24. sein, wenn ich die Folgen richtig hochgeladen habe. Dann könnt ihr ja sagen, wie die Bescherung war. Was ihr bekommen habt. Was ihr verschenkt habt. Ob ihr zufrieden seid. Ja, so. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch machen. Viel zu langsam, viel zu langsam. So, die fahren gerade oder laufen gerade raus. Das heißt, wir wären hier wahrscheinlich auf einem starken 13. Plan. Ich weiß nicht. Gerade so Verfolgung und Massenstart war eigentlich in den unteren Ligen total meins. Dieses direkte Duell Frau gegen Frau und nicht gegen die blöde Uhr. Aber irgendwie, hier geht gar nichts. Hier geht absolut gar nichts. Also hier, an dem Stück kommen wir immer ganz gut mit. Aber das war's dann auch. Jetzt laufen sie einem wieder weg. Tschüss. Vielleicht gibt's bei denen noch Bescherungen, dass die so schnell laufen. Keine Chance. Aber wir bringen das mit Stil zu Ende. Auf jeden Fall. Und wenn wir hier immer auf dem 13. Platz landen, dann landen wir halt immer auf dem 13. Platz. Abgebrochen wird hier nicht. Na ja, 13. Platz. Kennen wir ja mittlerweile. Oh, die zwei geben sich vorne aber richtig. Die anderen haben alle keine Chance. Ja. Ja, selbst ohne Strafrunde werden wir hier nur ganz knapp weiter vorne gelandet. Na ja. Okay. Was haben wir denn jetzt? Antholz. Oh, hier können wir auf den Antholz-Bag hoffen. Das wäre vielleicht eine Chance, dass wir vielleicht ein Stück nach vorn kommen. Ansonsten geht's jetzt erstmal in den Sprint. Und vorher trainieren wir noch ein bisschen. So, einmal durch. Ah, wir steigen natürlich auch kein Level mehr. Ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen. Oh, na doch. Ach, ein bisschen Apfel. Ah, Mist. Oh Gott. Das war Mist. Das ist halt blöd, wenn man die Strecken nicht mehr kennt. Aber das war wieder ein Vasi-Spezialist. Ja, obwohl es von der Zeit sogar geht. Ne, da kommt kein Hügel, das weiß ich noch. Jetzt geht hier erstmal so eine schöne Fläche lang und ich glaube, danach kommt die Abfahrt. So, jetzt können wir, glaube ich, Gas geben. Ich glaube, nach der Kurve kommt die Abfahrt. Ach ja, die Abfahrt der langsamsten Geschwindigkeit überhaupt. Oh Gott. Das war jetzt wieder dumm, aber naja, egal. Ich dachte, man kann hier zwischendrin noch mal ein bisschen sprinten, noch ein bisschen Geschwindigkeit holen. Ach, da hinten ist der Schießstand. Da laufen wir mal schnell hin. Vielleicht sehen wir noch jemanden gerade aufstehen. Ja, doch, sie stehen gerade noch auf. Komm, wir fahren euch noch hinten rein, du blöde Kuh. So, Liegentheisen haben wir, glaube ich, auch seit 50 Folgen nicht mehr fehlerfrei hinbekommen. Und das wäre fast auch noch ein Fehler geworden. Aber so ist es okay. Ich denke, wir haben... Was? Das ist doch nicht wahr. Wieso 21 Sekunden Rückstand? Von was denn? Leute, erklärt mir das bitte. Bin ich echt so scheiße schlecht? Das war eine rhetorische Frage. Das gibt es ja gar nicht. Boah, hier haben wir aber ordentlich aufgeholt. Wow, das war echt mal ein guter Zwischensprint. So, denk dran. Da kommt erstmal eine Fläche. Ein Plateau. Ich glaube, jetzt können wir Gas geben. Ja, jetzt gleich die Abfahrt kommt. Und... Ach, wir ziehen jetzt hier durch. Egal, ob wir umfallen oder nicht. Ist mir egal. Ich glaube, die zweite Runde war gar nicht so schlecht. Aber jetzt schießen wir erstmal wieder blöd. Komm schon. Oh Gott, die letzten drei waren volles Risiko. Aber schneller kann ich echt nicht mehr. Und wir haben schon wieder so viel Rückstand. Schon wieder 23 Sekunden. Und... Und wir haben auch eine St-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Der war nicht gut. Der war nicht so gut gewählt. Ja, oh nee, diesmal nicht gut gelaufen. Und Vollgas. Und mal gucken. Das wird wieder eine Klatsche. Rotzfehlerfrei. Aber naja, so ist das Spiel. Ich sehe schon wieder ein paar Kreiseln. Naja, es wird aber nicht reichen. Ich glaube hier, das war die Ziegerade, wo man nicht sprinten kann. Das müssen wir so machen. Und wir kommen auf einen vierten Platz. Hey, das war gar nicht so schlecht. Immerhin. Also die zwei machen vorne, was sie wollen. Und so schnell waren wir auch noch nie. Also wir sind gar nicht so schlecht. Und wir bekommen verbleibende Punkte 20. Wir können uns komplett auf 100 machen. Wir haben dann eigentlich die perfekte Läuferin. Okay, und wir sind in der Meisterschaft auf dem Elften. Okay, und wir sind in der Meisterschaft auf dem Elften. Also ich will es wenigstens in die Top Ten schaffen. Das wäre so ein bisschen mein Ziel. Aber nicht mehr heute. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von RTL Biathlon 2007. Oh Gott, Blackout. Egal. Danke fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder morgen einschaltet. Tschüss.